Also, wenn du zu Devi kommst, wenn du einen Geschmack von Bhairavi haben willst, brauchst du Hingabe. Hingabe bedeutet, dass du kein Kajus bist. Du bist voller Saft. Alles in dir strömt ständig aus. Nichts wird zurückgehalten. Das ist ein Verehrer. Ein Verehrer schaut, wie er sein Leben so schnell und so vollständig, wie möglich, ausleben kann. Nicht jemand, der versucht, das Leben zu bewahren. Nicht jemand, der plant, morgen zu leben. Jemand, der jetzt lebt, voll und ganz. Sie ist weiblich. Auch sie ist der Liebe ein Narr. Wenn du als Verehrer hier bist, würdest du dir auf Millionen Wegen helfen und dienen. auf eine Weise, die du nicht verstehen kannst. Aber wenn du versuchst, sie zu verstehen, wenn du versuchst, sie zu packen, wenn du versuchst, sie zu holen, dann gibt es keinen Weg.